Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force und wir zocken The Last of Us. Natürlich hier wieder, ja, Vorherrschaft, ich nenne es jetzt einfach mal Vorherrschaft, ist es zwar nicht, aber ist mir egal. Und mit mir heute dabei, der Neonatore. Hi Leute und übrigens, das ist die Vorherrschafts-Song. Und, passt auf euch auf, die Crew hat mir uniformierte Gesichter. Es ist Vorausabzug. Und wir spielen auch hier mit den T-Error, unser Franz. Guten Tag. Oder auch Rüdiger, ich meine, der hat mehrere Namen anscheinend. Ich nenne es Rüdiger. Und ich würde mal sagen, wir laufen alle zusammen, damit wir nicht abgeknallt werden. Ja, die sind da hinten drin. Ja, sie kommen schon, pass auf. Nein, wo zum Teufel war der, Alter? Alter. Neon, mach sie fertig. Ah, keine Chance. Ich bin nur unterwegs. Jo. Rüdiger, bleib. Wir werden es uns... Okay, er gibt uns. Feierschutz. Hab nur mit der Pistole zur Verfügung. Wenn er hier rauskommt, ist der fertig. Jetzt brauche ich mal ein Rüffel. Der steht nicht mehr auf. What the fuck? Scheiße Bombe. Au. Scheiße. Scheiße. Nein, 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 nein. Okay, ich bin tot. Alter, da geht's ab. Die haben sie auch eh auch ganz schön drauf. Ja. Nein, was soll die Scheiße, Alter? Aber wir haben uns gegenseitig eliminiert. Was für ein Noob, Alter. Ein Moment. Da ist einer, da ist einer. Okay, warte, warte. Pass auf, pass auf. Was ist das für eine Scheiße? Ah, Alter. Der war mich anheilend. Alter, wie kann der mich hier... Ich hab jetzt extra rauf mit, ja? Wie kann die mich da draussen schlagen? Ja, wie? Obwohl ich als erster... Ich hab als erster zugeschlagen, weißt du? Pass auf, Jill, ist da. Ich bin getroffen. What the fuck? Ich bin getroffen. Überlebter, Lerner. Nein, T-Arrow. Mach ihn fertig. Der ist fast tot. Aber ich hab wieder einen gekriegt. Und ich müsste mal hier langsam meine Sachen einsammeln. Älter, da ist wer, Achtung. Ja, ich hab ihn schon gesehen. Oh, der ist tot! Gut gemacht. Hinter dir! Ich weiß. Ich will nicht drauf gehen. Jo, da ist noch einer mit Bogen, Achtung. Mehrere Leute. Bleibt mal ein Dekko. Nein, deine Mutter, Alter. Jo, bitte. Alter, was ist das für mich scheiße? Aber vier Gegner hab ich. Zwei Exekutionen und vier Tode. Und wir machen hier noch... Warte, ich verarzt, hätte ich auch. Unsere Waffe, ja. Haut ab, Neo. Ich müsste hier mal meine Sachen einsammeln, die ich hier töte. Wow. Hol mich. Achtung, da kommen welche. Wir könnten hier Unterstützung brauchen. Ja, ich bin schon unterwegs. Alter, der trifft gut. Das hätte mir nicht gedacht, dass der da um die Ecke werfen kann mit Molotov. Schade. Scheiße. Einer tot. Was war für die dir? Der ist tot. Ich bin sorry. Okay. Alter, die sind ja ziemlich krass hier, ne? Ja, muss man schon sagen. Ich hab noch nicht mal Zeit, hier Sachen auch zu hebeln. Ich überlege, ob ich generell anfange mit, ähm, die Faustfeuerwaffen zu spielen. Die ist ziemlich... Also die Pistole ist, finde ich, ziemlich effektiv. Wenn man die off-levelt ein bisschen. Pass auf, da sind zwei, die kommen. Macht die fertig. Bei mir? Ne, ne, hier, der T-Ara. Alter, ich muss hier noch was basteln. Na gut. Der ist ein Klammklapper. Angenommen, ich nehm dann keine Waffe hier sonst mit, ja? Also nur die Pistole, ja? Ich kann mich da so aufleveln mit die Packs, was es hier gibt. Erstmal hier alles aufsammeln, jetzt. Okay, hier sind zu viele Gegner. Trau mich ja nicht wirklich was tun. Hab einen getroffen. Der ist down. Nein, deine Mutter, Alter, hat er so'n Schissstock. Hier, Achtung, da ist wer, gell? Das weißt du. Und tot. Also wir kriegen gleich, gerade auf die Schnauze, Alter. Wie schnell ist er? Fuck. Der liegt am Boden, aber der wird jetzt wieder gehalten. Ach, da war noch einer. Ich weiß nicht, wie sie ist. So, jetzt erstmal hier alles aufheben, Alter. Und mir einen schönen Stock machen. Okay, mach los, los, geh! Das war knapp. Ich auch, ich auch. Ja. Nein. Wat ist das für ne Scheiße? Ich hatte den doch schon, Alter. Wat ist das heute für ne Scheiße hier? Alter, jetzt bin ich aber hier rabiat. Jetzt bin ich aber hier rabiat. Jawoll. Ah, Achtung, wer drin ist, ist hoch. Alter, okay, das Hai jetzt nicht sinkern. Jawoll, Delta, du bist mein Held. Und ich versuch, dich jetzt auch noch zu heilen, warte. Hab dich. Sie kommen aber jetzt. Hab noch, ne? Grad eben noch geschafft, Alter. So, scheint ja jetzt wieder zu laufen hier. Ja, Tierra, ich geh mal kurz zu dir. Genau. Alter, ich hab dich nicht getroffen. Tierra, kannst du runterkommen? Aber so was von Tod. Boah, du bist der Beste. Ah, Alter, kommt wer, da kommt wer. Mach dich bereit, ja? Ja, ja. Ah, der ist vorbeigelaufen. Geil, helblich. Hol ihn, helblich. Alter, das ist aber heute ne hässliche Runde, wa? Ah, shit. Achso, nee, ich kann noch einmal spawnen. Jo, ich bin jetzt der Letzte, der Spawndorf. Nee. Ach. Achso, ja. Jetzt kann ich leider nicht spawnen warten, dann versuch ich mal. Ja, wir wurden jetzt ziemlich übel hergerichtet, muss man schon sagen. Ja, ja, ich bin zu schnell gesprintet, ich hätte nicht so viel sprinten sollen. Ja, ich sprinte gar nicht. Da, manchmal klappt das, manchmal klappt das halt nicht, ne? Da ist einer. Wir sehen. Hol ne Bombe raus und leg die da hin. Und dann ich punze weg. Jo, zweimal getroffen. Ich guck mal. Okay, ähm, einer flankiert. Hast du den, Neo? Nein. Jo, doch, du hast den. Du hast den doch gerade erledigt. Also der dicht. Okay, warte. Also wenn du jetzt zum Feuerwehrwagen gehst, da ist einer. Vor dem Feuerwehrwagen, der ist da reingegangen. Andere Seite meinte ich, ne? So, null Tickets haben die jetzt auch. Jetzt müsst ihr die nur noch fertig machen hier. Ja, das kann jetzt was werden. Ja, das kann ich nicht. Fuck, ich bin gerade noch. Ich bin weg. Ich bin gerade noch auf den letzten Mega-Molio. Scheiße. Jetzt liegt es an dir. Leg Bomben, wenn du halt schaust. Ah, da kommt wer. Scharfe Bombe, Achtung! Nein, dat war ein Fehl. Hättest du jetzt dieser Growler gehabt, dann hättest du den vielleicht noch gekriegt. Ja, das, ich habe eigentlich gerade gehofft, dass ich es hab, weil ich es eigentlich gebaut hab heute schon. Ja, und so, Leute. Ah, naja, kann man nichts machen. Dat war's mit zum drinnen Let's Play. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye, Leute. Ciao. Tschüss.